Weiß, bisschen rumprollen hier. Ach Gott, ja, na. Sehr gut, da kann man eine Falle platzieren. Ach so, verdammt. Ich muss ja auch Dings hier drücken. Ne? So, dann kommt hier mal eine schöne Falle hin. Ja, okay. Ach so, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nur hier hin, um hier den Baum hochzuklettern. Ja, meine Fresse. Ja, ist ja gut. Nice. So, hier kann ich aber hoch, ne? Ich kann nur schwingen! Alter, am Arsch! Hm. So. Zack. Köder. Ist ja gut! Alter Schwede. Na, das kommt her. Es ist alles in sicher. Es ist alles sicher hier. Zack. Naja, mehr oder weniger. Nein, das eigentlich nicht schließen. Was ist das? Wurffeil? Goll. Zack, und das nächste erwischt. Sehr schön. So, mal ein bisschen Vielfalt reinbringen, ne? Habe ich halt nicht, das mit den Luftattentaten. Halb zu wild. Hörschschwanz. Hörschschwanz. Alles klar. Ein Schwanz vom Hirschen. Vom Hirschen. Allein schon. Jawohl, ja, haben wir einen Kernickel. Hört sich immer nett an. Alleine! Köderanfalle kombinieren. Den habe ich gemacht. Okay, was kommt jetzt? Jetzt ist er denen begegnet, oder was? Na, was verfolgt du? Wow! Den Bären kille ich. Ah, scheiße, ey. Ja, da hat er mir fett eine verpasst. Ah, scheiße. Alter, Schwede, okay. Zack, haben wir hier fetten Bären erlegt. Ja, ich würde mal sagen, das gibt schönes Bärenfleisch. Alleine der Pfeil schwebt er da ein bisschen in der Luft rum. Gut. Das hätten wir. Na, was haben wir hier noch für Hinweise? Okay. Okay. Was? Ja, das ist natürlich scheiße. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal machen muss, mache ich das offscreen morgen. Also, die ganze Geschichte mit dem Jagen und so. Hm. Ne, den Bären. Wo ist der Bär? Da haben wir ihn doch. Suck. Hey! Hey! Wow! Allein schon hat er hier seine Dingsklingen oder was? Am Arsch! Wie hat er das denn gemacht? Mit den Händen getötet. Na, Tiki? Na, Tiki? Ja, das hatte er. Na, Tiki? Hm, naja. Egal. Ah, hier hinten. Wer ist das? Mission starten. Okay. Okay, das jetzt. 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 Okay, das sah so ein bisschen aus wie der Edenapfel, aber... Na ja, irgendwie... War es, naja, sah aus wie eine Glaskugel. Geil. Wie geil ist das denn? Wow. Oh. Okay, das ist... Okay. Okay. Ich finde das gerade... Wow. Alter, ich finde das... Ich finde das gerade irgendwie voll geil gemacht. Aber... Aber richtig geil. Okay. 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 Ein denkwürdiges Erlebnis. Okay. Und wie. Okay. 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 Und wie geht's weiter? Ich bin mir jetzt Desmond. Und... Hui. Nee, nicht ganz. Greif. Neunst. Und wie geht's weiter? Du keinen Start. Und wie geht's weiter? Du nimmst. Dann kommst du da. Dann kommst du da. Ja. Dann kommst du das. Ah, okay. Ah, okay.